Let's go. Wir suchen was für Centos. Du bist da unten schon, okay? Ich nehme das Kaninchen mit, falls ich noch mehr Essen brauche. Oh, mein Gehirn. Ich brauche Gehirn, ich brauche Blumen. Ich habe keine Gehirn, hallo? Ich bin Gehirnlos. Oh, eine Blume. Jawohl. Blumen. Blumen. Geil. Leider nur drei. Ah, Blumen. Jawohl. Nur mal drei Stück. Nicht sammeln, einfach nur mitnehmen. Ne, Biene, das sind alles meine Blumen. Eteckte Schmetterling. Ja. Nom nom nom, Schmetterling. Eteckte Schmetterling. Ah, Blumen, mehr Blumen, mehr Blumen. Ah, Bean Hive, das heißt immer Blumen. Warum? Ich habe einen ganz kurzen Disconnect gehabt. Äh. Aber ich bin ganz kurzen. Ohne rauszufliegen. Kannst sagen, also ausgeflohen bist du jetzt nicht. Nein, nein, ohne rauszufliegen. Warte mal, wo bist du denn? Ach, du bist da rüber gegangen. Bist du nach unten gegangen auch? Ja. Da ist ja irgendwo ein Weg. Ach, da ist er. Sind noch mehr Blumen. 150 wieder. Super. Ich will nicht. Ich will dich zurück supporten. Fünf Meter vor, fünf Meter zurück. Sie konnte vielleicht auch die Biene nicht treffen. Oh, nein. Nein. Ich bin da dran und habe das Biene angegriffen. Ach so. Jetzt laufen wir mal den Steinweg entlang. Bist du den Steinweg auch lang gegangen, oder? Ja, da kommen ja irgendwelche Schweine. Ah, okay, super. Ah, da. Ja. Da sind noch Blumen noch. Ah, hier sind ganz viele Bären. Super. Na, meine Freunde. Karotten über Nacht. Ey, diese Kerlen krieg ich mir grad auf den Sack, ne? Machst du doch aus. Bist du noch nicht anbehalten? Sagt ja keiner. Hm? Sagt ja keiner, dass da jemand deine Fratze sehen muss. He 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 he. Arschloch. Hier ist ein Froschteich. Ah, Frosch. 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 Ah, da ist sogar ein Frosch. Frosch. So ein hässiger Frosch. Evigel, greif den mal an. Ah, ne. Ich lauf weiter. Such lieber ein Grab für dich. Spinnis? Ah, die Schweine am... Zurückrotten auf den Sommer. Ja. So. Auch da voll. Äh, man konnte doch ein Blumenhut machen. Jawoll. Zieh ich mir ein Blumengrünchen auf. Nein. Oh, die kennen wir jetzt raus. Ja. Ich will den einstellen da grad nicht. Wenn's ne, wenn sie nervig ist, dann muss sie einfach ausstellen für dich. Ah, noch mehr Schweine, okay? I'm here. Me hungry. Ja, komm her. Ja. Da nicht. Ich hab' einen gefunden. Ich hab' einen gefunden. Ja. Wo denn? Ich hab' doch geguckt. Boah. Bist du weit oben. Ja. Ich hab' einen gefunden hier. Ja. Oh Mensch, da hab' ich aber geguckt gehabt. Also, ich... Bei den... Äh... Schweinchen war ich im Lager. Das ist halt unter den Schweinchenlager, ne? Ja. Vielleicht, weil ich da nicht lang bin. Ja. Hör' mal kurz zu Disconnects. Bei was denn? Von Saf, zeig das immer an. Okay. Hast du mal eine Internetverbindung? Weißt du das? Ja, das war mir auch schon klar. Ich hab' nichts anderes erwartet. Der Internetverbindung. Hm, grüner Pilz. Uninteressant. Ein lebender Baum. Was geht ab, lebender Baum? Kann ich ihn jetzt wohl abhacken oder das, was mir passiert? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man einen lebenden Baum abhackt. Ich hab' das noch nie an lebenden Baum gefunden. Oh nein. Hier sind die Echsen. Kommst du hier runter? Ja, wie es geht, wenn ich dir so drückend in die Zukunft sprüge. Ah, fick dich doch, du Merz. Übernacht ich hier einfach. Manchmal sind die so extrem, ich muss mehrmals drücken, dass das klappt. Den hatte ich schon. Oh, kleines Lagerfeuer. La, 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 Lagerfeuer, Lied, Lied, Lied. Das Lager, Lagerfeuer, Feuer, Lied, ne? Schöne. Das Lager, Lagerfeuer, Feuer, Lied. Dunkel. Ja, einfach weiter. Hab' jetzt n Ding gefunden. Blümchen auffressen. Dafür ist die Karte gut. Ja. Heute Nacht wird immer kärzer jetzt. Gerade. Ja, wir kommen jetzt bald in den Wind rein, ne? Da wird's noch schlimmer. Hm. Hm. Ah, spinnen dort ab. Wie hätt' sich so'n Freund von euch. Oh, ich hab' einfach einen Vogel getötet. Ähm, meinst du jetzt Aufnahme? Hm. Hm. Und, äh, eine halbe Stunde jetzt also eine Minute noch abziehen oder so. Ja, da kommt er, da kommt er näher. Ist wieder helle, helle. Me, I'm hungry. Hier, I have... Karottis. Hier, nimm. Machst du so'n Stuck im Arsch? Nee. Boah, dann frisst doch hier die Samen. Ganz ehrlich. Äh, kannst du mal bitte hier. Was ist gar nicht über die Tast ist das überhaupt? Was ist denn? Waffe, du sein! Ah. Na... Na, komm hoch. Komm hochhohohoho. Vorsichtig, da kommt der Quatsch. Ja, nimm den doch nicht mit. Hab' ich doch gar nicht. Das ist ja uninteressant, der kann doch gegen das Schwein kämpfen. helft dem bösen schwein all darf ich gerade schon klar jetzt gehen wir es ihr böser man ja schwein schwein abigail und ich jetzt gerade in den typen aus jawohl hätten fisch gedroppt und frosch schenkel ab nach hause abigail oder wir suchen noch so ein ding falls das doch noch stirbt ein schweine pürzel ja wir haben schweine gekämpft das ist ein dreckiger hund er haut ab komm doch her die ganzen bäume die nerven warum ist ein esel was soll ich da hat du bist angegriffen oder was warum gehst du denn da hin nein der drop zahnräder du affe was so deswegen hallo muss auch dass er weg gelb machen er hat der kanal hält viel aus was denn ich habe noch 52 leben das ist Vielen Dank.